Hallo und herzlich willkommen in Square Videos. In diesem Video zeige ich euch wie ihr mit Minecraft startet. Los gehts mit dem heutigen Video. Zuerst drückt ihr hier auf Play, dann auf Create New, nochmal auf Create New World. Und jetzt gehts ins Welt und ich tippe mal erste Welt ein. Dann mache ich hier nochmal auf Peaceful. Und ja, das wäre dann schon alles. Dann drücke ich erstmal auf Create. So, jetzt sind wir drin. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch bewegen müsst, habe ich hier ein Video mit Controls gemacht. Los gehts. Als erstes bauen wir mal ein bisschen Gras ab. Ne, das brauchen wir eigentlich nicht. Egal, das können wir vielleicht so nebenbei machen. Als erstes bauen wir aber diesen Baum ab. Das wird unser erster abgebauter Baum. So, und der letzte Block. Jetzt haben wir schon fünf Stämme. Jetzt blauen wir die Blätter ab und hoffen, dass wir andere Goodies kriegen. Wir haben schon zwei Saplings. Toll. Oh, hier ist noch. Da dürfen wir nicht reinfallen. So, jetzt haben wir schon drei Saplings und einen Stock. Haia. Hol, Stöckchen. Okay, kein Hund. Weiter gehts. Jetzt holen wir uns erstmal die Basic-Sachen. Jetzt öffnen wir mal unseren Metall und craften uns Planks. Jetzt craften wir uns ein Crafting-Table und noch mehr Sticks. Sticks brauchen wir später noch. Jetzt suchen wir hier als erstes mal ein Crafting-Table hin. Und wir bauen uns gleich eine Truhe. Als nächstes craften wir uns hier eine Spitzhacke und eine Axt. Das sind die zwei Basic-Tools, die ihr braucht. Jetzt fällt ihr diesen Baum. Oder, ja. Ich zumindest. Hier seht ihr, dass eine Axt viel schneller ist als eine Hand. Da oben kommen wir grad noch nicht hin, deswegen machen wir ein bisschen Parcours. Zack. Twist. Nochmal. Mann! Ich cheate überhaupt nicht. So, so, so. Muss gleich mal was gucken. Warte, ich mach den Block nicht kaputt. Ich glaub das ist auch der letzte, ja. Jetzt können wir erstmal alle Blätter hier kaputt machen. Autsch! Aua, Aua, Aua! Mein Bein, mein Bein, mein Bein! Das war für ein paar Herzen. Ähm, jetzt geben wir... Oh ne, jetzt machen wir uns als erstes mal die Karte. Bäm! Jetzt haben wir hier unseren Spieler auf der Karte. Wir können hier die Karte erstmal, wo dieses Schildzeichen ist, hintun. Da haben wir die und unsere Offhand. Jetzt können wir doch mal in diese kleine Mine hier reingehen, wo nur Wasser drin ist. Und ein bisschen Steine abbauen. Für erweiterte Tools. Ein bisschen Erde haben wir jetzt auch. Ein paar Steine abbauen. Mit der Hand kann man keine Steine abbauen. Weil es dauert zu lange, plus man kriegt gar nicht mal den Stein. Ja, man kann sie theoretisch abbauen. Man kriegt nur nichts. So. Zack und zack. So, 18 Steine. Das sollte erstmal reichen. Jetzt craften wir uns mit dem Crafting Table einen Ofen. Der ist immer früh und lustig. Und jetzt... 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt melden wir mal 5 Phlox mit 5 kleinen Bäumen. So. Ja, das brauchen wir nicht. Platzieren wir einfach mal da. Sieht niemand. Und so craften wir uns mal eine Steinspitzhacke und ein Steinschwert. Das wird jetzt auch mal nützlich. Wir haben schon 2 Charcoal. Jetzt tun wir mal die Samplings rein. Charcoal ist dafür, wenn wir Fackeln machen können. Warte. Hier können wir das jetzt auch mal rein tun. Das ist... Warte. 1, 2, 3. So. Braucht mal kurz einen Lock. Zack und zack. Haben ein paar Sticks. Und wir können schon 8 Fackeln craften. Hier auch gleich noch ein bisschen mehr. Wir brauchen noch ein paar mehr Sticks. Jetzt haben wir 20 Fackeln. Das ist schon mal ein guter Start. Jetzt greifen wir noch ein bisschen mehr Holz. Und eine Steinaxt. Jetzt gehen wir mal zu dieser Höhle da hinten. Super. Perfekte Größe. Hier ist auch gleich schon mal ein bisschen Kohle. Die bauen wir mal mit der Steinspitzhacke ab. Kohle ist das gleiche mit Charcoal. Nur dass Kohle länger hält im Ofen als Charcoal. Können wir mal gucken, ob in dieser Höhle noch was anderes ist. Da nicht. Gucken wir mal zu der anderen Seite. Da haben wir die Kohle abgebaut. Hier ist ein kleiner Pool Wasser und unser erstes Eisen in dieser Welt. Super. Das können wir auch gleich mal mit der Steinspitzhacke abbauen. Eisen darf man nicht mit der Holzspitzhacke abbauen, sonst kriegt man es nicht. Zwei Eisen. Das war schon mal am Anfang. Als erstes Craft. Als erstes schmilzen wir jetzt mal unser Eisen. Erst kommt das Eisen in den Ofen. Dann die Kohle. Hier ist ein Schwein. Das können wir auch gleich mal für Essen schlachten. Nice. Zwei Raw Porkchop. Es wird auch langsam Nacht, wie ihr seht. Deswegen brauchen wir gleich ein Haus. Hier haben wir schon drei Eisen von vier. Jetzt craften wir uns. Warte. Ihr könnt hier auch gleich mal Porkchop rein tun. Wir craften uns eine Schere. Die wird auch sehr nützlich sein. Als nächstes kommt die Holzachs dran. Das könnt ihr mit euren Holztools machen. Ihr könnt die einfach in den Ofen legen, wenn ihr damit fertig seid. Jetzt haben wir zwei Porkchops. Oh, jetzt ist schon ziemlich tolle Nacht. Deswegen bauen wir mal Easy House. Was ist das? Ähm, bum 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 bum. Es kann sein, dass wir nicht genug Holz haben. Die Fackeln aus sind. Jetzt bauen wir noch einen Baum ab. Mal schnell. Wir müssen aber aufpassen, dass die Zombies zuerst mal nicht kommen. Sie werden doll aufpassen. Mal können wir, haben wir aber keine Zeit, die Blätter abzubauen. Wir machen es einfach so. So, das ist ja auch mal eine Fackel, dann sehen wir ein bisschen mehr. Aber es kommt nicht hin. Deswegen machen wir mal kurz so. Noch mehr. Zack. So. Hier essen wir mal ein bisschen. Nur wenn ihr voll den Hungerbalken habt, dann füllen sich eure Herzen wieder. Sonst gar nicht. Das Craft will mal wieder. Das ist neues Holz. Ich habe jetzt aus Versehen hier Kommisse und Wände draus gemacht. Aber ist egal. Da draus können wir auch noch was machen. Ähm, ich mache dann mal so. Und so, und so. Jetzt bauen wir uns mal Treppen. Und dort können wir uns die hier so hin platzieren. Und hier vielleicht noch ein bisschen Boden. Jetzt habe ich schon mal den Eingang. Das sieht schön aus. Jetzt bauen wir uns mal eine Tür. Drei Türen. Und dann bauen wir die gleich einmal hier hin. So. Jetzt haben wir eine Tür. Super. Jetzt machen wir nochmal schnell das Haus fertig. Und alles, was noch fehlt, ist ein Dach. Haben wir aber leider nicht genug Holz. Dann gehen wir nochmal Baum füllen. So. Da hinten ist ein Zombie. Ich zeige euch gleich mal, wie ihr den gilt. Dann bauen wir mal ein paar Fackeln. Da hin. Dann läuft er schon. Und jetzt zack. Und zack. Und nochmal ein Crit mit der Axt. Zack. Tot. Jetzt haben wir schon zwei XP Levels. Da hinten ist eine Spinne. Davon können wir sein kriegen. Aber das ist ein Skelett. Und mit Skeletten. Die wollen wir jetzt erstmal nicht. Nämlich echt schwierig zu bekämpfen. Hier gehen wir mal zurück zum Haus. Und wir platzieren unseren Zeppling mal hier. Dann können wir da noch einen Baum wachsen lassen. Und es gibt gerade keine Bäume weit und breit. Außer den hier. Dann nehmen wir den mal. Wir springen hoch. Das ist Aua, 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 Aua. So. So. Jetzt geht es wieder runter. Und jetzt schnell zurück. Oh, da ist eine Spinne. Das hier ist mein Haus, Bro. Zack. Aua. Aua. Nice. Ein Seil. Wir können dann später nochmal eine Angel machen. Da vielleicht schon gleich ein Ozean. Wir können auch gleich mal den Stock hier einsammeln. Und dann geht es gleich wieder ins Haus weiterbauen. Bang. 36 Planks. Sollte erstmal reichen. Parcours. Och, Manno. Egal. Dann machen wir einfach mal so. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Das Haus ist fertig. Erstmal haben wir ein Starterhaus. Das ist unser letztes Fleisch essen. Wir können ja auch gleich mal ein paar Sachen in die Truhe tun, falls wir die verlieren. Die wollen wir aber nicht verlieren. Deswegen tun wir sie auch schließlich in die Truhe. Können wir noch ein bisschen das Haus dekorieren. Und so. Das war der erste Tag Minecraft. Wir haben uns ein Haus gebaut, uns auch ein bisschen dekoriert und Starttools geholt. Und auch schon vier Eisen gefunden. Wir haben Fackeln und viel Holz. Tschau, peace. Tschau, like. Vielen Dank.